Manchmal wollen wir uns vor uns selbst verstecken. Wir wollen nicht wir selbst sein. Es ist schwierig, wir selbst zu sein. In solchen Momenten greifen wir zu Drogen und Alkohol oder zu Verhaltensweisen, um zu vergessen, dass wir wir selbst sind. Das ist natürlich nur eine vorübergehende Lösung für ein Problem, das immer wieder auftauchen wird. Und manchmal sind diese vorübergehenden Lösungen schlimmer für uns als das ursprüngliche Problem. Ja, es ist ein Dilemma. Gibt es eine Antwort? Natürlich gibt es eine. Ein weiser Mensch hat einmal mit einem Lächeln gesagt, die Antwort liegt in der Frage. Also ich habe ja erwartet, dass die Antwort liegt in den Eulen oder so kommt. Ja, das wäre irgendwie geiler, ne? Das wäre viel besser. Ja, hey, Kaffee und Kirschkuchen ist wieder da. Habt ihr uns vermisst? Nö. Ich habe nicht dich gefragt. Ich habe nicht dich gefragt. Ja, es ist die Folge Dämonen, aber wir müssen vorher noch, ist sie eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber letztes Mal ist mir ja noch eingefallen, dass wir es vergessen haben in der letzten Folge. Ja, kam diese Folge auch nicht wieder vor. Ja, das stimmt, aber ich fand es einfach so lustig in der letzten Folge. Da wollte ich es einfach nur noch mal erwähnen, dass Hank irgendwie für den Anwalt gehalten wird, weil er seine Karte oder was das war, da mit hatte. Genau, die hatte er gestohlen vorher mit einem ganz komischen Abwischen von der Bank. Ja, genau. Und dann sollte er für Horn entweder das Geld oder Audrey wieder mitbringen. Und hat nichts davon geschafft. Nö, weil er da rumstand und Jean hat ihn entdeckt. Ach, das war Jean selber. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Keine Ahnung, wer das war. Ja, kann aber sein. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Jedenfalls hat er den scheiß Ausweis gefunden, den er natürlich mit hatte. Ja, ich würde den auch immer mitnehmen. Klar, habe ich auch geglaubt. Ist jetzt meins. Aber ich fand es sehr lustig. Darum musste ich das einfach noch mal erwähnen. Ja, ich fand auch witzig, dass wir das vergessen haben. Ja. Ja, und jetzt aber zur aktuellen Folge, die endlich mal wieder ein bisschen mehr abgeht, sag ich mal. Nee. Doch, doch. Also dafür, dass du das gesagt hast, habe ich so viel mehr erwartet. Es geht halt jetzt so langsam mal endlich mal wieder los und geht mal. Also ich meine, es ging am Anfang natürlich noch um die ganze Scheiße. Komm, das waren die letzten fünf Minuten, wo irgendwas passiert ist, was interessant war. Nö, nö. Also ja, hast recht. Nö, nö. Ja, aber sie war halt auch zwischendurch lustig. Darum finde ich das trotzdem eine gute Folge. Die sind alle zwischendurch lustig. Ja, aber jetzt ist sie auch noch lustig und es passiert noch mal was mit Hand und Fuß. Oder, na gut, nur eine Hand. Haha. Aber fangen wir doch von vorne an. Ja, es passiert das, was ich predicted habe. Genau das sogar. Ja. Ja. Und das sah total lame aus, oder? Ja. James kam da auch nicht super reingestürmt. Und das war total lame. Und vor allem, die hätten ja auch einfach wegrennen können. Warum brauchten sie den jetzt eigentlich überhaupt? Der hätte die genommen und weg, weil sie waren starr vor Schreck. Ja. Weil das Weicheier sind. Vor allem haben sie es ja nicht mal geschafft, das Tagebuch mitzunehmen. Das war das Einzige, was dieser ganze dumme Plan bringen sollte. Und sie haben es nicht geschafft. Nee, natürlich nicht. Ja, das ist auch einfach dumm. Die sind auch einfach scheiße. Also, äh, ja, keine Ahnung. Ja, vor allem, Harold ist jetzt auch scheiße. Den fand man am Anfang irgendwie gut, schreit der da bescheuert rum, während er die Blumen da bestäubt. Aber da war nicht mehr was drin in dieser Scheißstimme. Ja, genau. Und vor allem hat er die Stimme von Justus Jonas. Was? Deswegen! Deswegen finde ich den so attraktiv. Ah. Ja, aber das war... Ja. Ach, das war alles scheiße. Ja, diese ganze Handlung, da war ja komplett auch jetzt sinnlos irgendwie. Jetzt, okay, jetzt haben sie es nicht geschafft. Hätten wir uns die Folge, die letzte Folge auch eigentlich sparen können. Ja, aber die hätten ja auch, jetzt ist ja wenigstens die Polizei eventuell dahin. Ja, endlich. Das hätten wir auch vorher machen können. Ja, aber das, äh, Donner ist ja Detektiv. Ja. Aber auch als die dann draußen sind und James und Donner so ineinander versinken, die haben sich doch gerade noch gehasst. Die haben gerade nicht mit ihm gesprochen. Aber jetzt ist er da reingestürmt, so mehr oder weniger heroisch. Damit ist alles vergessen. Selbst Maddie ist vergessen jetzt für James auch. Ja. Und, äh, alles ist, und dieses kitschige Gespräch da auch, dann da, die da draußen sind. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was er da alles sagt, aber irgendwie, ah, wir, für immer und, und dann kommt nochmal in einem Hintergrund. Ja, für immer. Aber gerade hat sie doch noch mit Harald rumgemacht. Ja, das stimmt. Die hätten mit dem gefögelt, wenn das hieß, dass der abgelenkt ist. Ja. Naja, aber jetzt ist diese Harald-Story erstmal vorbei. Das ist erstmal schön. Kommt der jetzt nicht mehr vor? Doch. Spoiler. Aber das heißt... Ah, ich höre dich nicht mehr, ah, 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 okay, ich höre dich wieder. Sind dir die Kopfhörer rausgefallen? Ich sehe das eigentlich jede zweite Folge, ja. Ich mache so wilde Kopfbewegungen, während ich, ohne dich zu sehen... Hast du mal über Headsets nachgedacht? Äh, habe ich schon mal, ja. Das war cool. Habe ich im Bett, habe da über Headsets nachgedacht. Ja, ich habe auch ein Headset, aber das ist scheiß Quality und ich habe hier so ein geiles Mikro. Ja, aber guck mal, du kannst ja auch ein Headset tragen, darüber hören und mit dem guten Mikro aufnehmen. So was ist nicht möglich für mich. Also das sind technische Verstrickungen, die... Da müsste ich mir einen Techniker wiederkommen lassen oder... Das geht nicht. Das nächste Mal können wir das ja... Dann rufst du mich einfach an über Discord und machst Bildschirmübertrag und ich stelle dir das ein. Ja, ich schaffe das auch. Oder TeamViewer. Ich hätte noch nie daran gedacht, dass man das auch aufteilen kann. Ja, ich sage es ja nur. Nur dafür, dass mir jede dritte Folge mal hier so ein Kopfhörer aus dem Ohr plumpst. Ja, aber du schreist jedes Mal, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Damit du nicht weiterredest und ich irgendeine ganz wichtige Info von dir verpasse. Ich wollte gerade los, total randommäßiges Sagen und das Einzige, was in meinen Kopf gekommen ist, ist, ich bin über 18. What? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil am Anfang da eine Orchidee gezeigt wurde vielleicht. Ja, die aussah wie Pussy. Ja, sag mal nur, ab 18 sehen die Folgen. Ja. Ja, auf jeden Fall ist Orji auch wieder da. Orji wurde gerettet und, na gut, da ist sie nicht wirklich, stimmt. Sie wurde von Cooper gebettet. Ja, also dafür, dass die so vollgespritzt wurde mit Drogen, sieht das Make-up noch super aus. Die Haare sehen noch gut aus. Ja, so schlecht geht sie auch nicht. Nö, die ist halt einfach so ein bisschen Herzrasen und so ein bisschen komisch, aber so kurz vor Überdosis. Ich glaube, da wird es einem schlechter gehen. Ich glaube, man würde auch schwitzen. Ja, stimmt. Und zittern. Aber das wäre ja nicht schön. Und dann würde da mal irgendwann so in den Zug kommen. Vielleicht kommt der Entzug noch, aber... Tja, solange das Make-up sitzt. Richtig. Gesundheit. Und was sagt sie denn so zu Cooper? Also, sie träumt ja so halb vor sich hin und hat irgendwas von... Sie hat eine Hand am Hals und versinkt im schwarzen Wasser. Und Daddy, ja, Daddy sagt sie ganz oft. Ja, ich weiß eigentlich nicht, was das soll. Hat, glaube ich, keine tiefere Bedeutung. Echt nicht? Mich hat das erinnert an Loras im Wasser gefunden werden und so. Ja. Also, keine Ahnung, vielleicht checke ich es auch noch nicht. Ja, vielleicht bist du auch einfach dumm. Ja, das kann sein. Was ich aber dann ganz cool fand, war das Gespräch von Cooper und Ben. Wo Ben immer so ganz schlecht immer sagt, was? Oh nein, das kann ja nicht wahr sein. Was? In einem Puff? Nein! Das war nicht gut. Der ist aber nicht... Der wusste doch nicht echt, dass sie da gefalten wird, oder? Doch, er wusste doch, dass sie da ist. Aber ich glaube, er wusste nicht, dass sie Heroin kriegt. Das war dann auch das Einzige, wo er wirklich ein bisschen geschockt drauf reagiert hat. Woher wusste er denn, dass sie da ist? Ja, äh... Ach so, dass sie genau an dem Ort ist, meinst du, ne? Hatten die nicht diese... Die haben das doch gefilmt, oder nicht? Ja, aber da haben sie doch nicht den Ort gezeigt. Ja, der kennt ja doch. Das ist doch sein... Ja, aber das ist doch seins. Wieso kriegt er denn seine Tochter da nicht wieder raus? Ja, weil ihm seine Tochter egal ist. Weiß ich... Und da sind ja böse Leute mit Waffen und so. Warum sollte er einen Finger krummen, wenn das Cooper macht? Aber wieso ist das denn jetzt plötzlich übernommen, so mir nichts, dir nichts? Ja, das stimmt. Stimmt, das ist ja seins. Das sind seine fucking Angestellten, die das gemacht haben. Das stimmt. Aber ich fand auch gut, dass irgendwie so ungefähr seine achte Frage war dann irgendwann, oh, wie geht's eigentlich, Orgy? Und ich mochte auch, dass die Antwort ist, sie wurde nicht verletzt. Ja. Oder... Jedenfalls sagt irgendwer, dass Orgy nicht verletzt wurde. Ich finde aber schon, dass so... Der Drogenkonsum schon irgendwie verletzend ist. Ja, kommt drauf an, wie man jetzt genau verletzt definiert. Und die Spritze dringt ja auch ein in ihren Körper. Das könnte man auch als Verletzung bezeichnen. Ja, es gibt aber auch geistige Verletzungen. Das hat ja nichts mit der Art zu tun. Das ist nur was für ein Schaden, der hinterlässt. Ja, aber wenn man fragt, wurde sie verletzt, dann geht's ja um körperliche Verletzungen. Nein. Für mich schon. Hm. Wurde sie verletzt? Ja, sie hat... Ah, mir fällt nichts ein. Schlecht. Wow. Schlechtester Podcast aller Zeiten. Ja, gebe ich zu. Aber das macht nichts. Nee, ich hab trotzdem sehr viel Spaß mit dir. Gut. Ja, äh, Leo ist auch wieder da. Naja. Die Hälfte der Schauspieler sind nicht so wirklich mehr da. Vor allem bei Leo, dem Schauspieler von Leo, stelle ich mir das auch so vor. Er kriegt irgendwie das Drehbuch zu der Folge, wo er stirbt. Und dann sagt er, scheiße, ich bin nicht mehr in der Serie. Und dann liest er irgendwie weiter. Ah, ich bin nur im Koma. Geil. Und dann kommt er in der Serie endlich wieder vor und sitzt einfach nur und macht nichts. Geil. Ja, ein bisschen Kopf bewegen kann er, ja. Ja, und... Ja. Und tröten. Ja. Aber erst mal stellen sie ja noch enttäuscht fest, dass sie nur 700 Mäuse bekommen. Mäuse, ganz wichtig. Ja, das gibt es genauso auch mir aufgeschrieben. Gut. Ich weiß ja nicht, was der meinte, welche Währung da jetzt genau gemeint war. Äh, aber ich meine, was haben die erwartet? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, wenn das wenigstens Deutschland wäre. Aber Bobby hat sich ja gedacht, da kriegt man 5000 Euro im Monat. Ja. Dollar. Mäuse. Und das ist dabei halt nicht rausgekommen. Ja, scheiße. Weil das Equipment und sowas musste man ja auch kaufen. Ja. Aber die Erklärung von dem komischen Typen, dass da Steuern abgehen und dass da die Wartung von den Geräten und sowas bei ist, ist auch total dämlich. Wie kann das denn von 5000 Mäuse auf 700 Mäuse runter durchsteuern? Ja, war denn 5000 die wirklich offizielle Summe oder hat die Bob sich einfach mal ausgedacht? Äh, Bobby meine ich. Ja, Bob und Bobby, das kann man schon mal verwechseln. Ja, ja. Ist Bob Bobby war das gerade? Oh Mist, verraten. Naja. Deswegen ist der so böse, ne? Ja. Krass. Keine Ahnung, ob das die echte Summe war. Oh Gott, das ist ein Anfall. Der Sound dazwischen. Es wäre niemandem aufgefallen, hätte ich das hinterher nochmal gemacht. Ja. Oh, ich nehme alles zurück, ist der beste Podcast aller Zeit. Alter, weißt du was? Perfekte Idee, man müsste alle Szenen, in denen wir nicht über Twin Peaks reden, in den Podcast rausschneiden, dann haben wir einen irgendwie Best-of der Unnötigkeiten. Ja, mach das mal. Die Hälfte davon ist dringend über Beos und Kanarienvögel und so. Und Vögeln und Pussy. Ja. Und wie unsere Klassenlehrerin hieß. Ja, genau. Mach das mal, ich höre mir das an. Oh, da muss ich mir alles nochmal anhören. Ja. Sehr anstrengend. Ne, das ist richtig. Das kann ein Fan machen, der das hört. Ja. Also ich. Ja, vielleicht ich in ein paar Jahren. In ein paar Jahren hat man immer nochmal Lust, sich das anzuhören, was für einen dummen Scheiß man da früher geredet hat. Nein. So, können wir jetzt mal hier wieder zum Thema kommen, Mensch. Ich habe mir aufgeschrieben, Madeline ist tapfer. Oh, das war schon vorher, glaube ich, das haben wir übersprungen. Ja. Ja, auch voll, findest du auch, oder? Ja. Wie tapfer ist. Ja, ganz toll. Ich habe auch nicht verstanden, was an der Szene gerade passiert ist, weil da ist ein Auto weggefahren, ne? Ja, sie ist plötzlich auch ganz schnell weggefahren. Aber sie ist Madeline in dem Auto gewesen? Ja. Das fällt mir jetzt auch erst auf. Das war so eine random, komische Szene alles. Also die sind da drin. Also um das jetzt auch mal zusammenzufassen, wir springen wieder plötzlich zurück. Also, Harold kratzt sich seine Wange aus. Ja. Was ganz schlimm ist, darum schreien die beiden rum, stehen vor dem, ganz lange und schreien. Ja. Nur James kann sie retten. Er kommt plötzlich reingerannt. Geht um Harold rum. Nimmt dann erst die eine, die, ich glaube, Donna versucht dann noch, das Tagebuch doch noch zu kriegen. Genau. Die nehmen sich alle gegenseitig so an den Händen und rennen raus, was, glaube ich, auch sehr umständlich ist. Ja. Dann Schnitt. Madeline sitzt plötzlich im Auto und fährt weg. Wie war das? Wie stelle ich mir das vor? Die sind endlich draußen. Oh, wir haben es geschafft. Tschüss. Die gehen ins Auto und fährt ohne die weg. Ja. Und die beiden stehen da und sagen, wie sehr sie sich lieben. Ja, aber James hat ja sein Motorrad. Ja, aber trotzdem, das war alles. Ja, das ist mega dumm. Und das ist alles zwei Meter entfernt von Haralds Tür. Ja, aber der kann ja nicht raus. Der Vampir. Aber James ist der Vampir. Wieso, weil das so aussieht? Nee. Hast du nicht gesehen, wie der an Donners Hals gegangen ist danach? Nee, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Der hat nur an ihrem Hals gelutscht. Ah, sie wollte wahrscheinlich wieder nicht geküsst werden. Ja. Wie immer. Ich glaube, die Schauspielerin ist eine kleine Bitch. Ja. Da kommen wir später noch zu. Hast du ja auch gesagt. Ich habe da geheime Informationen. Dass seit Laura tot ist, bist du eine scheiß Bitch. Ich dachte wirklich, dass er sowas sagt, aber hat er leider nicht. Weil es stimmt ja. Ja, ist sie ja auch. Ja, also ich habe manche Sachen, manche Szenen vielleicht nicht aufgeschrieben. Das nächste, jetzt was nach Leo und den 700 Mäusen war, also noch bevor sie Party machen, ist natürlich Gordon Cole. Ja. Der FBI-Typ, der gespielt von David Lynch. Echt? Ja. Ich liebe ihn. Das ist David Lynch. Und ich habe die ganze Zeit schon gewartet, wann der endlich kommt. Ich habe immer gedacht, der wäre schon viel früher, in der ersten Staffel oder so. Ich habe schon gedacht, das war Albert. Ja, Albert kann ich auch, aber ich dachte, der wäre irgendwie schon früher da. Endlich ist er da und er ist einfach toll. Ja. Also es kam jetzt ja in der zweiten Staffel auch ein paar neue Charaktere. Die waren aber eigentlich alle nicht so geil. Aber der, der ist geil. Der ist cool. Und der Witz ist, warum David Lynch den überhaupt spielt. Ja. Der kam schon mal vor, seine Stimme. Es kam in der ersten Staffel eine Szene, wo Cooper mit so einem Radio-ähnlichen Ding mit seinem Vorgesetzten irgendwie redet. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was da genau geredet wurde. Da sagt er doch, dass er Albert ins Niemandsland setzt. Stimmt, 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 genau. Ja, genau. Und da hat zumindest im Original, hat halt David Lynch einfach diese Stimme geredet. Ja. Einfach so, weil er nicht dachte, dass der Charakter nochmal irgendwie vorkommt. Auf Deutsch wurde es, es ist eine andere Stimme, aber egal. Mhm. Und dann haben sie halt irgendwie in dieser Folge entschieden, dass der doch noch, dass irgendwie sein Vorgesetzter jetzt kommen soll und dann ist das der. Und dann hat er gesagt, ich hab den ja gesprochen, dann spiel ich den jetzt auch. Und dann hat sich die Szene nochmal angeguckt und in der Szene schreit er ultra. Weil er halt so, weißt du, so typisch, wenn Leute so laut, wenn sie telefonieren, immer schreien, gibt's ja auch. Ja. Und so hat er das in der Szene irgendwie auch gemacht und dann hat er gedacht, okay, der schreit so, weil er schwerhörig ist und so ist dieser Charakter irgendwie entstanden und darum schreit er jetzt die ganze Zeit rum und alle müssen ihn anschreien. Voll cool. Ja, ist einfach wieder ein schöner Charakter. Aber die Kopfhörer und das Zeug verstehe ich nicht. Ja, das macht irgendwie gar keinen Sinn. So sahen doch keine Hörgeräte aus. Nee, das waren einfach Kopfhörer, ne? Ja. Wo ist denn da jetzt das Mikro oder wie funktioniert das? Ja, da ist unten an deinem Teil so ein Plastikding, das muss das Mikro sein. Ja, vielleicht ist das eine Spezialanfertigung. Aber wieso spricht man da denn nicht rein, anstatt rumzuschreien? Ja, vor allem, warum hat er nicht, also kann denn nicht jemand mal ihm ein besseres Hörgerät irgendwie geben, wenn er das schon wieder auf ganz laut stellen muss, dass es immer noch nicht funktioniert? Da kann man doch was machen. Ja, kann man doch was machen. Da gibt es doch was vom Ratiofahren. Bist du ein Zwilling? Nee, Löwe. Was bist du eigentlich? Waage. Ah. Ich glaub da eher dran, ne? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das ist so scheiße. Ja. Und ich muss da jedes Mal drüber nachdenken, was ich bin, weil ich hatte früher eine Kette davon mit so einer Waage. Hab ich letztes Mal schon wieder auch von Ketten geredet? Nö. Ich hatte ein Peace-Zeichen, was die Farbe verändert. Ach stimmt. Wir sind voll Schmuck begeistert. Ey, das ist nicht so Schmuck-Podcast. Ich trage gar keinen Schmuck. Ich auch nicht. Trägst du nicht Armbänder oder so? Habe ich schon mal jemals ein Armband getragen. Festival-Bänder hast du getragen. Ja, ach so, okay. Das ist was anderes. Aber habe ich leider auch irgendwann abgeschnitten. Die habe ich nicht mehr. Also ich habe die schon noch, aber ich habe sie nicht mehr am Arm. Ach, du hattest immer eine Uhr am Handgelenk. Ah ja, die immer gepiept hat. Auch in der Schule. Ja. Jede Stunde. Jede Stunde hat gepiept. Alle fanden es richtig scheiße. Das fand ich gut. Selbst bei Arbeiten. Ja. Scheiß Klausuren geschrieben. Ich habe immer so getan, als wüsste ich nicht, wie man das ausstellt. Du wusstest, wie man das ausstellt? Ich hätte es ja irgendwie nachgucken können. Aber ich hatte keinen Bock. Auch auf ganz vielen Aufnahmen. Auf Lemony Snicket-Hörbüchern hört man die piepen und so. Das ist dein Markenzeichen. Ja. Piept die jetzt immer noch? Nee, ich habe die schon lange nicht mehr, aber gar keine Uhr mehr. Was? Weißt du, Uhren, da hast du immer die Zeit vor Augen und so. Ich lebe lieber in den Tag hinein. Du hast das so ganz komisch. Hast du das nicht auch am falschen Arm getragen? Ja, was ist denn der falsche Arm? Gibt es da einen vorgeschriebenen Arm für? Ja, immer an der nicht-dominanten Hand. Ah ja, dann habe ich es falsch. Ich habe eine sehr dominante Hand. Ja, du bist auch ein Junge. Ja, ähm. Aber du bist Linkshänder, oder nicht? Ja, und ich hatte sie an der linken Hand. Du hast es immer links getragen, aber du hattest auch das Ziffernblatt immer unten. Ja, ich war zu dünn. Stimmt. Gravitation. Geil, ey. Naja, irgendwann habe ich einen Typwechsel hinter mir gehabt, seitdem habe ich keine Uhr mehr. Aber dafür komische Hüte. Ja, die habe ich auch nicht mehr. Auch nicht? Nö. Ja, das hat nicht mehr zu meiner langen Haarfrisur gepasst. Ja, aber dann hast du ja keine langen Haare mehr gehabt. Ja, habe ich jetzt auch nicht mehr, aber jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Jetzt ist es auch nicht mehr kalt, ne? Ich habe mich dran entwöhnt. Ich habe mich entwöhnt. So, ähm. Also, ich habe immer noch denselben Stil wie vor 15 Jahren. Das ist gut, weil dann, wenn ich dich jetzt irgendwann mal wieder sehe, dann bin ich nicht geschockt oder so. Ne, ich bin dann total geschockt, weil du bestimmt kannst du... Du erkennst mich gar nicht dann. Nein. Den zwei Meter großen, äh, braunhaarigen, braunen Augen. Ganz schwer zu... 1,86. 88. Aber nach dran. Scheiße. Ja, scheitert auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir darüber reden. Wie stolz bist du das einfach? 88. Fucking too rad. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich mir das merken kann, weil es 88 ist. Oh, wow. Ja, aber ich finde das einfach toll, weil das passt zu meinen Einstellungen, aber auch meine Größe halt. Ja. Nein, das war ein Witz. Ich distanziere mich davon. Ja. So können wir jetzt mal... Ja, ich versuch's die ganze Zeit wieder zurückzukommen zum Thema. Harry hat Cooper gesagt, dass er der Beste ist. Ja? Ja. Ich finde, sie sind der beste Polizist. Ach ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das war echt cool. War so süß. Der Sheriff war eh wieder cool, diese Folge. Ach, der Sheriff ist immer cool. Außer am Ende. Da ist er scheiße. Nee, das fand ich, das fand ich irgendwie auch cool. Nee, das fand ich irgendwie auch cool. Weil er da zum ersten Mal Emotionen so hatte. Er hat nicht so viele Emotionen sonst. Ja, das finde ich aber nicht so gut. Okay. Nein, da kommen wir noch zu. Emotionen sind schädlich. Ja, Emotionen sind echt scheiße. Aber, äh, aber auch die Unterhaltung von Gordon und Cooper ist so, die ist einfach geil, wie die sich gegenseitig immer so auch den Daumen hoch zeigen und so. Aber das ist auch schon wieder später. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Wir sind gerade, wie Gordon zu Harry Truman kommt. Ach stimmt, der hat noch gar nicht mit Cooper geredet, ne? Nee, da sagt er, da redet Harry gerade mit Donna. Ach ja, da haben sich eh die Ereignisse überschlagen irgendwie. Ich konnte da manchmal gar nicht mehr aufpassen, weil, genau, Donna geht endlich mal zur Polizei. Ja, und Harry sagt irgendwie, scheiße das ist, was sie macht. Ja. Und sie sagt, ja, und? Mir doch egal. Dann ist sie auch noch genervt, weil er kurz raus muss und sagt, warten Sie hier. Ja. Gott, ey, ich hab was Besseres zu tun, als in diesem Raum zu sitzen. Ich könnte die da irgendwo einbrechen. Was ist auf Instagram so los? Und dann, genau, kommt Gordon zuerst mal. Und da hat er den Satz gesagt, Orbert wird nicht mehr wiederkommen. Ja. Hätte ich das nicht traurig gemacht? Doch, hat es. Ja. Wieso wird er nicht mehr wiederkommen? Ja, genau, das hab ich aber auch nicht verstanden. Das wurde irgendwie nicht gesagt, ne? Nö. Das ist traurig. Und dann ist aber gleichzeitig der einarmige Mann gefunden worden, was übrigens auch nicht erklärt wurde, wo oder wie der gefunden wurde, aber egal. Nö, aber Hawk hat das gemacht. Ja, genau, Hawk. Braucht man eigentlich nicht erklären, ne? Nö, Hawk. Der hat so einen abgebrochenen Ast gesehen, wusste er. Und wusste, dass das der einarmige Mann ist. Ja, und dann hat er sich noch so hingehockt und hat so Sand, Erde genommen und hat die so vor seine Nase runterrieseln lassen. Ja, ja. Aber das mit dem abgebrochenen Ast und dem abgebrochenen Arm hast du jetzt nicht zusammengebracht. Alter, geil. Gott. Genau. Das ist richtig scheiß Podcast. Diese Szene hat mich aber so überfordert, weil Gordon hat ja auch noch ganz viele Sachen gesagt. Irgendwas wurde gefunden. Ja, warte. Ich hab das nicht mitgekriegt. Ich guck hier auch noch mal. Äh, Vigoni-Fasern. Ja, genau. Hast du das schon mal gehört? Das war aber später. Nee, ich hab mir das aber hier aufgeschrieben. Echt? Ja. Weil die Ereignisse überschlagen sich. Ja, ich hab das alles auch irgendwie durcheinander. Also ich hab hier noch mal Gordon delivers Albert's Reports. The hair from outside Cooper's room. Ich wusste gar nicht mehr, dass da hair gefunden wurde, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Also bei dem Schuster wahrscheinlich, ne? Aber Albert findet ja alles. Was from a Vicuna-Code. Ich google das jetzt. Was ist ein Vicuna-Code? Das ist bestimmt irgendwie so ein Haar-Fell-Code. Haar-Fell-Code. Ja. Also das ist einfach so ein Mantel, so ein brauner Mantel. Ja. Gut. Haben wir das geklärt? Äh, the drug from Gerard's syringe. Also das ist richtig. Syringe. Was unique. Mhm. Also diese Droge, die wir jetzt, haben wir am Ende auch erfahren, was das ist. And the papers from near the train track were from a diary. Ja. Okay, da gab's anscheinend noch Papers. Okay, gut. Da, wo der Zettel auch drauf stand mit Firewalk. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Noch ein Diary. Oh. Gibt's noch ein Secret-Secret-Diary, was noch ein anderer Nachbar hat? Genau. Und dann macht Donna einen Plan, wie sie sich das holen kann? Ja, das ist dann der Sechste, den sie belabert. Das ist bestimmt bei dem Kinn mit Mais. Ja. In dem Mai, unter dem Mais ist das. Unter dem Mais ist der Rest des Tagebuches. Und das Kinn kann, nur das Kinn kann den Mais wegzaubern. Genau. Ja. Weil er studiert ja, Magie. Ja. So. Jetzt hab ich ... Ja, mach du. Ich hab, dass Cooper in das Hotel geht und da mit Ben redet. Nee, das hatten wir ja schon ganz lange. Ja. Du bist ja einfach noch voll zurück. Das hab ich jetzt aber hier, weil ich wollte da ... Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass wir da schon drüber geredet haben. Ja, okay. Und ich hatte da eigentlich ganz witzige Sachen aufgeschrieben. Da bin ich jetzt gespannt. Äh, ich würd' ja nicht mehr in dem Hotel wohnen, ne? So an Coopers Stelle. Ach, hast recht. Also, ich würd' da halt einfach nicht mehr drin. Ja, aber hat Cooper denn gecheckt, dass Ben damit was zu tun hat? Eigentlich nicht. Aber er hat gecheckt, äh, dass, äh, die Audrey nur benutzen wollten, um an ihn zu kommen. Ja, aber halt die anderen. Er dachte halt nicht, dass Ben damit was zu tun hat. Er weiß auch nicht, dass Ben der Geschäftsführer ist, oder? Nee. Aber sowas müsste man doch einfach rausfinden können als Polizei, oder? Ja, eigentlich schon. Als Polizei. Aber die ganze Situation mit Ben auch und mit Audrey und wie wenig er sich um Audrey kümmert und dass er das Geld wiederhaben wollte und das alles ... Ich würd' da einfach nicht mehr bleiben. Ja. Aber der Kaffee ist so gut. Ja, stimmt. Und, 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 wir sind so hin und her gesprungen, dass ich meine ganzen Sachen nicht sagen konnte. Ja, hol sie nach. Äh, bei Leo, als der Typ da war und sagt, ich empfehle Kindersicherung für die Steckdosen, hab ich mir aufgeschrieben, der hat auf ne fucking uns fertig gebaute Wand gezeigt. Das wär ja viel größeres Problem für mich, dass das ganze Haus nicht fertig gebaut ist. Außerdem, der kann sich doch nicht bewegen. Wie soll er denn an ne Steckdose kommen? Ja, das hab ich da auch gedacht. Das wär echt total sinnlos. Ja. Vor allem auch, dass dieses Haus nicht fertig gebaut ist, das wird nie irgendwie ... Warum ist das eigentlich so? Keine Ahnung. Das ist einfach so. Das hätte man einfach nicht fertig, oder so. Ja. Naja. Das ist einfach so. Aber nach der Vigonie-Fasern ... Ja. ... hab ich als nächstes Nadine und Ed. Ja. Nadine und Knutschen, hab ich mir aufgeschrieben. Ja, hab ich auch. Genauso. Wir gehen an See und Knutschen. Wir müssen ja gar nicht irgendwo hinfahren. Meine Eltern sind ja nicht da. Vor allem, wie der Anfang der Szene eigentlich genauso war, wie die letzte Szene mit Nadine. Sie kommt wieder durch diese Tür. Und sie hat da gesagt, hast du nicht ... Ist das nicht ein schönes Kleid, das ich mir gerade gekauft habe? Ja. Aber das hatte sie an, als sie gehüpft ist. Ich hab doch gesagt, das sieht aus wie eine Schuluniform letztes Mal. Das war das. Ich schwöre. Vor allem war das nicht mal ein Kleid, sondern ein Rock, glaube ich, oder? Ja, das war ein Kleid. Aber ... Ein Kleidrock? Das ist so ein Kleid, das aussieht wie so eine Lachshose oben. So ein Doppelteiliges. Okay. Aber da musst du halt ein Hemd drunter ziehen und dann lang ... Dann den Rock. Und dann ziehst du da immer ein Pulli oben drüber, weil Hemd ist ja scheiße. Ja, okay. Du bist hier für Fashion zuständig. Äh, ja, genau. Die sich ihren Style seit 20 Jahren nicht ändert. Wird immer mehr. Ja, aber du weißt hier immer auf die Fashion-Aspekte in der Serie hin. Ja, weil man das sehen kann. Ja. Jedenfalls ist Ed total begeistert. Ja. Ich verstehe diese Side-Story aber nicht. Ja, die hat auch nichts mit dem Rest zu tun. Es wird einfach zwischendurch mal gezeigt. Ja. Aber das interessiert mich auch einfach nicht. Nö. Ich hab mir am Anfang oder so mittendrin irgendwann mal gedacht, die Ed und Norma-Story finde ich ja eigentlich sehr tragisch und ganz schön. Ja. Aber das ist jetzt auch total uninteressant. Ja, in der ersten Staffel hatte das ja auch noch, das hat ja auch sozusagen irgendwie so geendet. Das hatte ja eine ganze Story so. Sie ist verrückt und will die Vorhang schienen und dann am Ende bringt sie sich um. Ja. Und jetzt wussten sie halt nicht, was sie mit ihr machen sollen. Ja gut, dann ist sie jetzt noch anders verrückt und denkt, sie wäre jung. Ja, aber sie ist auch super stark. Ja, genau. Das auch noch. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Coole Krankheit. Ja. Als nächstes hab ich mir aufgeschrieben, Jocelyn und Cousin. Genau das hab ich mir auch aufgeschrieben. Gleich Inzest. Ja, aber das ist, ich mein, vielleicht ist es ja nicht der Cousin, ne? Ne, ist es auch nicht. Ja. Aber wir haben den immer als Cousin, genau. Und als er seine Hose zugemacht hat, hab ich so gedacht, öh. Ja. Hat die Serie nichts dafür beigetragen, aber wir mit unserem Scheiß labern. Ja. Jonathan heißt er. Jonathan. Wir können ihn jetzt auch immer Jonathan nennen. Jonathan. Ja, sie muss jetzt nach Hongkong zurück. Ja, warum? Ja. Ich versteh das alles immer noch nicht. Ich auch nicht, ich auch noch nicht. Ich guck die Serie zum dritten Mal nicht, ich versteh's immer noch nicht. Aber das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Äh, ja. Vorher gibt's noch ein, oder hast du noch dazu was? Nö. Und wieder ein tolles Gespräch zwischen Maddie und James. Das ist erst danach. Wonach? Nach Jocelyn und Cousin. Ja, genau. Darum hab ich ja gefragt, ob du dazu noch hast, weil das war einfach... Ja, aber du hast gesagt, davor gab's noch. Nö. Doch, hast du. Nein, aber ich meinte vor dem, was jetzt kommt. Möchtest du noch zu der Josie und Jonathan Szene irgendwas sagen? Das würde ich damit fragen. Nein. Gut, dann kommt es Maddie und James, oder nicht? Ja, aber du hast... Wir haben gerade über Jocelyn und Jonathan geredet. Ja. Und dann hast du gesagt, davor kommt aber noch... Ach, möchtest du noch was dazu sagen? Das ist eine Lüge. Sowas hab ich nie gesagt. Alles klar. Madeline und James. Und Party, hol die Partykrache raus. Ich hab mich so erschrocken, weil du vor Freude losgeschrien hast. Weil Maddie sagt, sie fährt nach Hause. Trotzdem mussten wir uns noch ein ultra kitschiges Scheißgespräch anhören, wo James irgendwie sowas sagt wie, Liebe ist wie ein strahlendes Licht. Ungefähres Zitat. Das war alles Scheiße. Ja. Aber das war auch... Erstmal sagt Madeline, ich sag, nach der Beerdigung, die ist schon Ewigkeiten her. Ja, hab ich hier auch nichts mehr zu suchen. Nee, hab ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und, äh... Ich hab dann auch nicht verstanden. James sagt ja so, war schön mit dir, aber... Das macht alles alles so kitschig und eklig. Madeline sagt, er hat Laura in ihr gesehen und deswegen war das in Ordnung. Ja. Aber... Und sie fand das auch selber toll, Laura zu sein. Ja. Weil das ja vollkommen supi ist. Ja. Total gesund im Hirn. Und dann sagt sie, lebe wohl. Und lebe wohl ist für mich ja immer so ein endgültiger Abschied, ne? Ja. Die können sich nicht mal anrufen oder so. Nö, das war's jetzt. Kein Bock mehr. Sie will auch nicht hören, wie das so ausgeht mit der Investigation oder so. Nö. Was so das Ergebnis ist. Ich glaub, von Donner verabschiedet sie sich auch gar nicht. Nö. Die fährt ja noch einen Schnitt kommen, sondern sie fährt mit dem Auto schon auf der Autobahn. Ja, genau. Das ist... Die ist einfach so nutzlos gegangen, wie sie reingekommen ist. Ja. Aber jetzt ist sie weg. Und deshalb feiern auch Shelly und Bobby gleich eine Party. Das war meine Lieblingsszene. Dafür möchte ich eine Kaffeetasse geben. Ja, geil. Sehr gut. Die war auch echt gut. Ja, war sie auch. Weil Leo hat's auch einfach so verdient. Ja, hat er auch. Ich würde dasselbe machen. Er hat das so verdient. Und trotzdem, ich fand's auch dann trotzdem cool, wie es so, dass Shelly das dann zu gruselig fand, weil es auch wirklich so kurz gruselig wurde, wacht er jetzt auf. Ja. Ja, das war echt eine coole Szene. Das war auch gruselig und wie dann der Kopf in den Kuchen fällt und Bobby ihn am Haar zurückzieht. Das war einfach perfekt. Schreibt ihr das auf, Kaffeetasse? Ja, mag ich. Gut. Ich hab schon gewartet, wann endlich mal wieder eine kommt, weil die letzten Folgen haben wir nichts mehr ausgegeben. Nee, wir haben da auch nicht mehr drüber geredet. Naja, aber die Folgen waren halt... Doch, wie viel hab ich noch übrig? Jetzt zwei, ne? Ja, und ich auch. Wir haben beide noch zwei jetzt. Oh. Dann hab ich Schachmatt. Ja, genau. Du bist am Zug. Und Cole. Nee. Ich mein Schachmatt mit Jocelyn und Ben. Wo sie das Geld holen will, bevor sie geht nach Hongkong. Ah ja, das hab ich, glaub ich, nicht aufgeschrieben. Das war mir zu langweilig. Und die reden über diese scheiß Schlüssel, dass jeder Shit für den anderen aufgeschrieben hat, damit der in den Dreck kommt, wenn irgendwer stirbt. Ja. Und dann sagt er Schachmatt und sie sagt, du bist am Zug. So funktioniert Schachmatt nicht. Schachmatt ist Ende vom Spiel. Ach stimmt, ich hab's mir doch aufgeschrieben. Ja. Das Bum hab ich mir aufgeschrieben. Ah ja, bumm. Das Bum hab ich mir nicht aufgeschrieben. Das hab ich mir nicht aufgeschrieben. Aber ich hab das schon wieder nicht verstanden. Was war das jetzt für ein Vertrag? Wie viele Verträge gibt's noch? An wen? Verkauft ihr das einfach an verschiedene Leute und guckt dann, wer es wirklich kauft? Das hat dein Favorite Typ unterschrieben, oder nicht? Mr. Tojamura, oder was? Nee. Nee, das war der Scheck. Der Käferin. Ach, Tiet. Ja, genau, das haben die gesagt, aber was? Weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Vertrag ist, wo er noch irgendwelche Shares hat in dem Zeug? Ja, das wird irgendwie alles gar nicht... Die er abgibt? Oder war das die Lebensversicherung von der Käserin? Da gab's doch auch sowas. Jetzt hixen sie hier beide einmal in der Folge. Gesundheit. Aber, äh, ja, keine Ahnung. Ist doch auch scheißegal, wen interessiert die Side Story. Ja, aber es ist auch echt bescheuert. Ja, aber da sind auch keine vollständigen Erklärungen irgendwann mal. Da ist so nichts, wo irgendwer mal sagt, jo, das ist es jetzt. Und das Problem ist, immer wenn die gegenseitig über irgendwas reden, ist das immer kryptisch und immer weiß irgendwer weniger als der andere. Das ist ja nicht so, als ob Ben irgendwann mal mit offenen Karten spielt. Er hat sich auch voll gefreut. Also, er fand das, glaube ich, echt geil, sich mit ihr zu betteln, da so wörtlich. Ja, aber das war ein dummes Battle. Ja, das Battle war, äh, nein, doch, nein, äh, ich hab, ich hab Sachen gegen dich in der Hand. Ich auch. Oh, Mist, hier ist das Geld. Ja, genau. Aber so wandert also Kesslerins Geld zu Josie. Ja. Wenn die das wüsste. Ja. Ja, aber wegen, äh, du bist am Zug, war ich kurz verwirrt, wegen dem Schachding von Ja, genau. Was kein Schachdings ist. Wieso nicht? Was stand da denn? Weiß, hab ich nicht hingeguckt. P2A9, äh, K9 oder so. Ja. 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 Guck. P ist wohl irgendein. Ja? Ich kenn die englischen Begriffe nicht für die Schachfiguren. Ist es nicht. Nein, aber es kann doch die Abkürzung sein für Läufer oder sowas. Nein, es gibt keinen englischen. Läufer ist Rook. Du willst da immer irgendwelche Fehler finden, die denken, sie schreiben da doch nicht irgendwelche random Zahlen hin. Doch. Nein. Finde raus, was da steht. Ja, dann guck die Folge nochmal. Du kannst, steht das nicht im Wiki? Nein, das ist total unwichtig. Du bist mein Wiki, wieso steht das nicht im Wiki? In dem Wiki steht, it is an opening move from a chest deal. Oh, P gibt's doch. Porn. Was ist denn Porn? Der Bauer. Ja. Jetzt, wo du Opening Move gesagt hast. Ja. Weil mit dem Bauern eröffnet man ja. Muss man nicht. Aber. Also ich weiß, die Gartenkralle tropft vorher Blut auf seine Wange, aber wenn die da irgendwelche Zahlen hinschreiben, muss das schon ein Schachzug sein. Alles klar. Tut mir leid, dass ich versucht habe, ordentlich hier auf Details zu achten. Aber anscheinend muss ich das nicht mehr. Okay, alles ist gut. Du bist gefeuert. Und tschüss. Nein. Auf jeden Fall haben wir nämlich, wurde noch mal Wyndham Earl erwähnt und wir haben voll vergessen, über den zu reden. Der wurde nämlich schon mal erwähnt. Wer ist denn das? Das ist der frühere Partner von Cooper und der wurde erwähnt in der Szene, als Orbert und Cooper im Hotel frühstücken und im Hintergrund die A Cappella Band singt. Ach ja. Da haben wir irgendwie voll vergessen, das noch anzusprechen, dass der irgendwie erzählt hat, dass Wyndham Earl aus der Anstalt ausgebrochen ist oder so. Stimmt, aber das war auch total unwichtig. Genau, und du brauchst dir auch jetzt keine Gedanken zu machen, weil das sind Sachen, die in der Staffel passieren, die keinen Saison interessieren. Okay. Also das gucken wir auch gar nicht wahrscheinlich. Nur die Zusammenarbeit. Da können wir dann später noch drüber reden, aber das ist nur die Vorbereitung für den späteren Scheiß. Ach so. Aber trotzdem war diese Szene einfach lustig, wie Cole in den... in den Nebenraum geht, um ihm geheime Sachen zu sagen und halt so laut schreit es alle mithören. Und der Sheriff sogar extra noch netterweise reinkommt und es sagt. Ja, wir hören jedes Wort. Kann ich auch einfach rein, ja. Bitte ihn doch einfach rein. Aber da fand ich halt, das wollte ich vorhin schon sagen, das ist so cool, dass die sich so gegenseitig den Daumen hoch zeigen und so. Ja. Weil auch David Lynch mal gesagt hat, er ist eigentlich Cooper. Also er schreibt Cooper sehr ähnlich wie sich selbst. Ja. Und darum ist jetzt auch Agent Cole sehr ähnlich wie Cooper irgendwie, weil er ja David Lynch ist. Ja. Ja. Stimmt. Und deswegen sagen sie sich Daumen hoch, weil sie wissen, dass sie dieselben sind. Ja. Geil, wir sind dieselben. Ja. Ich finde aber auch gut, dass du den auch magst. Ich wusste ja nicht. Ja, am Anfang habe ich so gedacht, oh Gott, der ist ein bisschen laut, aber der ist dann einfach witzig geworden. Ja, ne? Ja, genau. Ich weiß glaube ich auch noch, dass ich den das erste Mal gesehen habe, irgendwie so dachte, what the fuck ist das jetzt für ein Typ? Mag ich den jetzt oder nicht? Man muss sich da erst kurz dran gewöhnen. Genau. Ja, dann haben wir hier stehen Leland Wiesel. Ich weiß nicht, ob das ein Wiesel war, aber Leland ist da bei Ben im Büro, um ihm zu sagen, dass er wieder voll einsatzfähig ist, 110 Prozent. Ja. Und aus irgendeinem Grund zupft er da was von dem Wiesel ab. Was weiß ich das? Der hat das sogar in die Tasche gesteckt. Das ist Beweismaterial, das er irgendwo hin plantet. Ja. Ja, aber den kannst du auch nicht für voll nehmen, weil fünf Minuten später fängt er an zu singen. Richtig, aber das war wieder so eine geile Szene. Ich liebe einfach jede Szene mit Leland, ey. Ja, der ist auch einfach der beste Schauspieler neben mir. Ja, echt? Super. Auch das war wieder so geil. Ben versucht ihn zurückzuhalten und dann tanzte er einfach mit ihm und Ben muss ungewollt mittanzen und mitsingen. Wo kommen sie her aus Twin Peaks? Oh, alte Baumwälder-Familie, hä? Dass der dann auch einfach mit einem Song mit irgendwem redet. Ja, als wäre er plötzlich so ein Stand-Up-Comedie. Ja. Das war echt geil. Aber was ich dann nicht verstanden habe, wie Pete sich plötzlich umdreht und sagt, der König und ich. Was war das? Also, der König und ich ist ein alter Musical-Film. Aha. Ich kann sein, dass das irgendwas mit dem Song zu tun hat. Ah, hier steht auch was. Pete turns and identifies the song Leland sings as being from the King and I. Ja. Ah, okay. Aber wenn man das nicht weiß, ist das nur ein bisschen random. Also, für mich war das nicht random. Aber ich wollte in dem Moment nichts sagen, weil ich wusste, dass ich das im Podcast sage. Ja, okay. Und dann dieses awkward Gespräch mit ... Ich habe sogar ein Lied davon immer und ständig gehört. Ich weiß nicht, ob das das war. Aber müssen wir hinterher mal reinhören. Ich kann ... Die Melodie kannte ich sogar an einer Stelle, also ... Gut. Ja. Dieses awkward Gespräch mit Mr. Tojimura und Pete war schön awkward, fand ich. Das war aber auch ... Ich habe das nicht verstanden. Nee, ich dachte erst, Pete wird jetzt schwul, weil das ja in Wirklichkeit Kesslerin ist. Spoiler. Aber er hat sich doch zu ihr umgedreht und gesagt, äh, Ma'am. Nein. Doch hat er. Nein. Doch hat er. Du streust dir merkwürdige Gerichte. Aber sollte er Ma'am sagen? Weiß ich nicht. Das ist ein Mann. Er hat sie mit einem weiblichen ... Nein. Doch. Nein. Ich dachte, Pete ist jetzt voll schlau und hat sie erkannt. Nee, das waren einfach random Gespräche. Er hat einfach gespürt, dass das seine Frau war und war sofort zu Mr. Tojimura hingezogen und wollte ihm eine Milch ausgeben. Ach, der hat das mit Frau angesprochen. Ja, der guckt die Szene nochmal. Ja, mach ich. Okay, gut. Wieso bist du dir so sicher, dass er das nicht macht? Weil dann die Szene gar keinen Sinn macht. Also warum sollte er das plötzlich wissen? Weiß nicht. Ich dachte nicht, dass er das wusste, dass das Catherine ist oder unbedingt, dass das jetzt eine Verkleidung ist. Ich dachte einfach nur, der ist so blöd, dass er nicht erkannt hat, dass das ein Mann sein soll. Dass er sieht, dass das eine Frau ist in einer Verkleidung, aber nicht erkennt, dass das eine Verkleidung sein soll. Dann hätte er noch mehr irgendwelche Hinweise dazu machen müssen, finde ich. Nö, vielleicht hat er einfach gedacht, die sieht ja einfach so scheiße hässlich aus. Aber er hat ihn danach auch immer mit er angesprochen, oder nicht? Nee. Gut, macht man ja auch in einem Gespräch nicht. Man sagt ja nicht er. Nö, du wirst das ja, du bist jetzt hier der Faktenchecker. Ja, ich check das jetzt gleich. Ich fand auf jeden Fall toll, dass Piet abends da in einer Bar sitzt und Milch trinkt. Ja. Passt aber auch. Ich finde es ja auch alles toll, was Piet macht. Ja, sowieso. Ist ja scheißegal, was ich sage. Ach, der hat die so angesprochen. Da bin ich mir so sicher. Gut. Nein. Wir haben auch was übersprungen, weil Josie und der Sheriff haben noch eine dramatische Verabschiedung. Ja. Warum fandst du das jetzt doof? Bist du noch am Szene raussuchen? Nein, bin ich nicht. Ich bin am Worte finden, warum ich das so scheiße fand. Ich weiß nicht, warum ich das so scheiße fand. Weil ich diese ganze Harry und Jocelyn Sache, glaube ich, am Anfang dachte ich, das ist voll süß, aber am Anfang dachte ich, auch Jocelyn wäre unschuldig. Ja. Und voll missverstanden und fühlt sich allein und. Ja. Ja, Josie nervt mich auch voll. Aber der Sheriff halt nicht. Darum fühle ich dann mit, dass er so traurig ist jetzt. Ja, aber das ist voll gut, dass der weg, dass die weg ist. Das ist so derjenige. Diese Asiaten kannst du einfach nicht gendern. Darum hat Piet das gemacht. Ja, du, keine Ahnung. Ich fand das nicht nervig. Aber ich finde einfach alles, was mit Jocelyn. Ich verstehe nicht auch, wieso sie jetzt weg muss. Und wollte die dem überhaupt nicht alleine Bescheid sagen, wenn der nicht aufgetaucht wäre? Ja, wahrscheinlich nicht. Die wären einfach abgehauen. Ja, aber sie. Das ist doch alles trotzdem noch im Gespräch, ob das Brandstiftung war oder nicht, oder? Keine Ahnung. Ich dachte, die haben rausgefunden, dass das Brandstiftung war. Ja. Weil die rausgefunden haben, dass das Leo war. Ja, darum haut sie jetzt schnell ab. Ja, aber sie wartet noch auf die Versicherungssumme? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir zu dieser Story nicht viel sagen. Ja, gut. Enttäuschend, aber in Ordnung. Er hat dann ein armer Harry. Ja. Und wir kommen zum Finale dieser Folge. Ja. Die Befragung von dem Einarmigen oder auch Mike. Ich habe dir gesagt, dass der sich verändert hat, als der da aus der Klobürne aus der Kabine kam. Ich habe gesagt, das war wer anders. Ja. Und da hast du nämlich, haben wir auch drüber geredet, ob er jetzt noch die Drogen genommen hat oder nicht. Weil du meintest, er hat sich ja verändert. Also hat er ja wahrscheinlich die Drogen genommen. Ja, genau. Aber jetzt haben wir gelernt, dass es er, aber das kann man ja auch nicht wissen. Ja, also was haben wir jetzt in dieser Szene erfahren? Oh, dass er ein fucking Geist ist. Dass das keine Schizophrenie ist, sondern dass das ein Geist ist, der aber darauf reagiert, wenn man Medikamente gegen Schizophrenie nimmt. Ja. Und der war auch böse, genauso wie Bob, der auch so ein Geist ist. Ja. Dann hat er aber Gott gefunden. Und dann hat er sich einen Arm abgeschnitten, ist aber nah an dem Schuhverkäufer geblieben. Und jetzt ist seine Aufgabe von Gott, dass er Bob aufhält. Und das war ja echt gut. Ja. Ich dachte, dass du aus dem ganzen, ja, aber das ist so viel Verschwurbeltes gelabert, dass er, ich hab mir das meiste davon aufgeschrieben. Ich hab mir das hinterher nochmal angeguckt, als wir die Pause gemacht haben. Weil ich hab, das ehrlich gesagt, das erste Mal, als ich das gehört hab und er angefangen hat und gesagt hat, ich bin ein Geist, hab ich aufgehört zuzuhören. Das ist auch so plötzlich, auch völlig random. Vor allem auch Geist, das Wort Geist ist auch irgendwie so lame. Ja. Hätten wir ja lieber Dämon sagen sollen, so wie auch die Folge heißt. Oder sowas. Ein Geist, der Menschen in Besitz nimmt. Oder später hat er ja Parasit auch noch irgendwie gesagt. Ja, Parasit wäre auch besser gewesen. Geist hat das am Anfang so lächerlich gemacht. Aber ich find auch Geist lächerlich, aber ich find auch, in Englisch haben die bestimmt Spirit gesagt. Ja, auf jeden Fall. Und das macht viel mehr Sinn. Aber es gibt auch kein gutes deutsches Wort für Spirit. Ja, das stimmt. Hier steht auch überall im TwinFix-Wiki steht immer Spirit und so. Ja. Das ist einfach... Ja, das ist wieder scheiß deutsche Sprache, ne? Ja, scheiße... ...deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist falsch. Aber... Wir haben noch gelernt, dass Bob seit 40 Jahren in dem Hotel ist. Ja. Ja. Und das ist auch das Wetteste, was Cooper sagt. The Great Northern Hotel. Oh! Dun, dun, dun! Ja, was sagst du zu diesem Reveal? Ja, who gives a shit, man? Das ist doch... Ja. Ja. Heißt das, da treffen sich jetzt ganz viele Spirits immer in dem Hotel? Weil der Riese war ja auch da. Und der Mann aus einer anderen Welt auch. Dann muss das ja so ein Knotenpunkt zwischen den Welten sein. Aber was haben die Aliens damit zu tun? Und die Eulen? Sind die Eulen auch Spirits? Ich antworte ja auf nichts jetzt hier. Wir haben noch Folgen vor uns. Das wird sowieso alles nicht aufgeklärt. Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, denn es ist eine Szene... Die ich sehr bemerkenswert finde. Oder eine kurze Sache. Ja. Bei der ich nämlich dieser tollen Theorie, dass es bei Twin Peaks ums Fernsehen geht und was weiß ich. Mhm. Guckt nämlich eher einmal in die Kamera. Ja, und sagt, das sind die Verdammten. Ja, genau. Und das hab ich auch gedacht so, ah, okay, cool. Ja. Er sagt, nur wenige sehen sein wahres Antlitz. Äh, ich weiß nicht, irgendwer und die Verdammten. Und bei die Verdammten guckt er in die Kamera und das kann... Da ist auch niemand gerade, also... Nee. Er guckt wirklich uns an. Das ist irgendwie ein bisschen crazy. Ja, das ist, äh, Breaking of the Forest Wall. Ja. Aber so völlig irgendwie unvermittelt und... Nerkwürdig in Twin Peaks. Ja, genau. Das ist schon crazy. Aber ich hab das eher nicht so als Theorie, dass das das Fernsehen ist oder so genommen. Ich mein, da denke ich sehr wenig drüber nach, über die Theorie. Ja, nee, ich glaub dir auch nicht. Aber, äh, das war eher so ein, ja, weiß nicht, wie wegruft. Das war einfach so richtig. Ich fand das so, weil es ja um Geist ging und ich glaub ja nicht an Geister und all sowas, aber in der Welt, in der Twin Peaks existiert, wo das eventuell wahr sein könnte, kann ein Geist auch über die Kamera hinaus wirken. Geil. Verstehst du, was ich meine? Das find ich ultra cool, cool Erklärung. Dass das, äh, weil er ein Geist ist, kann er auch durch die Kamera, deswegen darf er die vierte Wand brechen. Es geht nicht, wenn man vierte Wand sagt, es ist Fourth Wall. Ja. Das find ich cool, find ich sehr gut. Das schreib ich ins Wiki hier rein. Okay, gut. Oder auf Reddit. Ja. He's childhood. Aber, ähm, ich hab mich jetzt gefragt, was, wie du das jetzt eigentlich findest. Also, ich mein, das ist jetzt irgendwie voll, was urnatürlich ist. Wir können uns ja wieder so streiten wie über die scheiß Aliens. Können wir. Nö, müssen wir nicht. Nö, müssen wir nicht? Ich weiß ja nicht. Findest du das jetzt ultra scheiße? Ja. Aber was, ich mein, was, äh, es kann ja auch sein, dass er auch einfach nur bekloppt ist, ne? Ja, kann ja auch sein. Ja. Ich mein, die sind alle da ziemlich bekloppt. Ist die Log Lady denn auch ein Spirit? Oder sie ist jemand, der mit dem, der Log ist ein Spirit und sie versteht ihn? Oh, das würde sie machen. Nein. Naja, ach, so richtig können wir da halt irgendwie auch erst später drüber reden, weil sonst muss ich ja irgendwelche Spoiler hier von mir geben. Aber ich hab halt darum, äh, nee, ach egal, wir können dann, das, das geht noch nicht. Ja, gut. Wir wissen noch zu wenig. Nee, ich weiß zu wenig. Richtig. Dabei weiß ich so viel. Ja, äh, mein Funfact zu dieser Folge ist, dass, äh, das von einer Regisseurin ist, die später ganz viele Homeland-Folgen auch gemacht hat. Oh, Homeland soll ja nicht so scheiße sein. Ja, zumindest am Anfang. Ich glaube, das soll leider auch scheiße werden am Ende. Wie jede TV-Show. Aber dann hat der ja irgendwie gut durchgehalten, weil viele von diesen Regisseuren, hab ich mal gegoogelt, die haben dann auch nie mehr irgendwas anderes gemacht. Ja, natürlich nicht. Aber, ähm, sie hier schon. Äh, was wolltest du sagen wegen Donna, der Schauspielerin? Ach so, nee, nee, das geht auch nicht. Das geht jetzt noch nicht. Ach, du hast gesagt, das ist viel später. Ja, und später meinte ich in ein paar Folgen. Aber jetzt ist später. Ja. Aber dafür kann ich sagen, dass die nächste Folge Einsame Seelen heißt. Oh, das ist ja sogar, da wissen wir ja schon, warum das so heißt. Ja, weil das die Einsame Seelen im Hotel wohnen. Ja. Ähm, und das ist, äh, endlich mal wieder von David Lynch. Und von Mark Frost geschrieben. Nice. Das wird, glaube ich, sehr gut. Das wird toll. Die nächste Folge wird sowieso super, ich sag's. Okay. Du hast es auch zu dieser gesagt. Ja, ich meine nur, es geht jetzt wieder mal los. Ja, es geht, ja, es geht, das ist ein Jahr. Der Stein wurde so ein bisschen angetuckelt. Ja, genau. Angetuckelt. Nicht mal ins Rollen gebracht, meine ich damit. Die wollen so nicht, was sie scheinen. Ach, gute Nacht. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020